Gucken wir noch mal kurz ab, wo der andere ist. Okay, der gepanzerte geht jetzt unten lang. Oder? Ja. Ne, wir müssen warten. Das wäre sinnvoller. Ah, ne Glocke, ne Glocke, okay. Ja, was kann man denn da gut mit der Glocke anfangen? Dann fliegt man zum nächsten Punkt. Alter, der geht aber echt einen weiten Weg, der Sack. Ach, der ist auch gepanzert. Oder war es der, den ich da gesehen habe? Ich glaube, es war der, den ich gesehen habe, ja. Ja, toll, das ist ne Glocke, ne Glocke, natürlich, ne Glocke. Ich kann dich von hier wahrscheinlich noch nicht anvisieren, ne? Oh. Ist das auf irgendeine Art und Weise ausgewirkt? Nein. Aber ich schnapp mir den ersten jetzt schon mal. Oh mein Gott, der darf mich nicht sehen. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott. Nicht! Du bist so doof, ne Frau, echt. Okay, er soll nur seine scheiß Tröte verlieren. Okay, ich erwärte ihn entwaffnen. Hat nicht ganz funktioniert. Ah, doch. Okay, alles klar. Zack. Hervorragend. Mach keinen Scheiß, Frau, ne? Jetzt natürlich, jetzt echt wieder versaut, ne? Töt ihn, töt ihn. Finish him. Danke. So, okay, alles klar. Jetzt geht's hier unten ab. Ah. Nee. Eigentlich lieber ihn. Also erstmal, ne? Der andere gibt's natürlich auch nochmal. Okay. Uiuiuiuiuiuiui. Scheiße, 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 scheiße. Ja, fuck. Scheiße. Du blödes Kackviech. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Jetzt wird doch nochmal echt ordentlich gecampt. Ich glaub, jetzt kommt viel. Oder war's das schon? Wäre natürlich super. Wo kommst du denn her? Hast du dich schon wieder versteckt, du Sau? Ich hab den einen nicht gesehen, der da noch lief. Aber es doch drei, die gelaufen sind. Fuck. Ah, ärgerlich sowas. Echt, sowas ist ärgerlich. Alter, sind das viele? Ich hab den einen nicht gesehen, der da noch lief. Aber ich hab den schon ein bisschen auf jeden Fall gut Schaden gemacht. Oh, geil. Mit einem Streich zwei Leute in irgendeiner Form verstümmelt. Ja, ja. Der tut gerade. Ja, ja. Komm. So. Okay. Nein. Boah, Junge. Schlag doch mal bitte richtig. Das ist doch kein Schlag, was du da treibst. Okay. Kombos kann ich jetzt vergessen. Erstmal. Weil alle Tasten, die mich belegt sind. Ach, fuck. Jetzt hab ich aber wieder eine Kombi versucht. So. Komm. Und weg mit der Scheiße. Zack, zack, zack. Zack, und zack. Nein. Ah, okay, doch. Weißt du nicht das, was ich wollte? Jetzt aber? Vielleicht? Nein, auch nicht. Ach, verflucht. Wups. Zu. Döck. Ich glaub, ich drück ein bisschen zu schnell. Ich will nämlich die ganze Zeit den Matrix-Modell machen. Der klappt aber nicht so ganz. Scheiße, ey. Das waren echt viele. Ich hab echt gut Energie aufgezogen bekommen. Aber jetzt ist, das war's ja noch gar nicht. Hey. Nicht das tun. Okay. Ah, jetzt macht er das ein paar Mal, ne? Zack. Zack. Jetzt den Kopf weg. Dann nochmal ein Ding. Da auch so. Oh mein Gott. So einfach so männlich. Zack. Okay, Entschuldigung. Ach, der ist tot. Na komm, mach mal den jetzt auch noch hier platt. Hups, fups, fups. Und. Dann kommen ja nochmal neue. Was soll das denn, ey? Du hast doch schwachsinnig. Echt? Dann wäre echt lieber alle auf einmal. Ich würde lieber gegen 20 kämpfen, als gegen 5 mal 3. Was dann mal 15 wären. Okay, da hätte ich einen Vorteil. Och, komm schon, Baby. Mir ist gerade so unfassbar warm. Ich glaube, ich fiebere ein bisschen wieder vor mich hin. Aber egal. Boah, jetzt hörst du doch mal auf. Aber ich hab's überlegt, wie viel schneller es hätte gehen können, ne? Wenn ich... Wenn der eine Arsch mich nicht gesehen hätte. Das wäre ein Traum gewesen. Komm, wir behalten jetzt mal unsere Axt. Ach, guck mal, das war's schon. Oder? Ist die Tür zu? Ja, da komm mal rein. Hervorragend. Scheiße. At the base of the mountain was the entrance to the massive tower that ran its length. Only by throwing four well-guarded switches would we be able to gain access to the tower and face the priest. Exhaustet and slick with sweat, Rao and Tati pressed on. Okay, ich hab jetzt einfach mal Energie in den Arsch geschoben bekommen. Gerne. Gerne, auf jeden Fall. Da sag ich nicht nein. Oh, ey, meine Nase juckt. Das ist so ätzend. Oh. Äh, von heute hab ich gesehen. Ich hab' noch Klopapier. Das heißt, ich muss mich morgen nochmal raustrauen. Opposing the tower, Hawk. Was? Ach, ne. Work to the... Bla, 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 bla. Also, zusammenarbeiten. Türen öffnen. Gangun-Priester. Oh. Konfrontieren. Oh, mein Gott. Ja, scheiße. Das ist doch kacke. War ich selbst schuld? Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall mein eigenes Verschulden. Da kann ich niemandem anderen die Schuld für geben. Leider. Da war ich echt zu übereifrig. Wahrscheinlich tat ich auch ein bisschen sauer auf mich, was ich auf jeden Fall nachvollziehen könnte. Hallo. Ne, die sind doch fast nackig. Mal erst mal die unangenehmen Spacken weg. Ich seh' doch nix. Ich seh' doch nix. Komm ich da nicht lang? Doch. Ach, guck mal. Mach mal erst mal den Schalter hier fertig, ne? Okay. Okay. Vorragend. Hätten wir das schon mal geklärt? Was soll denn noch? Hier. Ey, du Arsch. Sag mal. Oh, ich seh' doch nix. Stopp, stopp. Stopp. Ich glaub, das war's jetzt erstmal, ne? Was hab ich denn da unten für'n Typ? Oh, das fette Gerät. Weil die Tati will das ja scheinbar nicht haben. Ähm, dann erlaub ich mir einfach mal. Weil die scheinen auf jeden Fall besser mit der Energie auszukommen als ich. Was? Brains overborn. Willen, Marakus. It's not always born that will win the battle. Also es ist nicht immer nur die harte Tour, die den Kampf gewinnen wird. Ey, hier ist doch eh essig. Hier hab ich doch eh schon gesehen. Ach, komm. So, jetzt aber. Zack, zack, zack. Warum bist du nicht hingefallen? Warum bist du nicht hingefallen? Dann verreckt, gefälligst. Einfach so. Na, Aufnahme. Das ist immer noch zwei. Schnappe dir. Jawohl, okay, erst frei. So, zweites... Da ist das rechts ein Penis. Habt ihr das gerade gesehen, diese Mann? Malerei. Drei Schalter? Okay. Ich hätte jetzt eigentlich nur mit zwei gerechnet. Hm. Die kämpfen da hinten ja immer noch. Komm, bitte sterben. Fuhr, Ushu! Fuhr, Ushu! Hier, dat da meine ich. So ein bisschen, ne? Oder? Oder ist das mein, 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 äh, kindliches Gehirn? Wo ist denn hier noch ein Schalter? Wo ist denn der Schalter? Where did the Schalter go? Ach, komm, jetzt bitte. Danke. Was halt wirklich immer doof ist, das hab ich dann lieber so... Happy by Resident Evil, dass das einfach weiterläuft. An der Wand. Ah, der denkt sich immer so, Uff, 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 da komm ich nicht weiter. Ich muss erst mal stehen bleiben. Und hier, genau, weil, weil, dann ist man einfach kurzzeitig... ...gehindert, irgendwas, äh, an Aktionen zu verführen. Gut, das heißt, vielleicht müssen wir nochmal weiter? Kann man noch weiter? Ich weiß es nicht. Ach, komm schon, Baby, ey. Äh, okay. Oder Tati, weißt du, wo der Schalter ist? Wo ist Tati? Hallo? Frau? Ich seh nur und nix. Ich glaub, soll ich das nur noch sagen. Hä? Äh? Wollen wir jetzt zurück zum Anfang, oder was? Oder, oder wie, wie, wer jetzt? Ich versteh das jetzt noch nicht so ganz. Okay, aber scheinbar bin ich jetzt hier auf dem richtigen Weg. Die Levelarchitektur macht mich echt bekloppt, ne? Also, jetzt wieder hier. Ich bin grad etwas verwirrt. Ich, ich hab wirklich nicht die geringste Ahnung, wo ich lang muss. Bin ich ja ehrlich. Tati, geh mal bitte dahin, wo wir hin müssen. Ist hier auf der Karte irgendwo ein Ziel. Ja, das sind wieder so komische Zeichen, aber das sagt mir jetzt wieder nix. Ich bin komplett überfordert von dem Spiel. Huh? Okay, hier waren wir noch gar nicht. Ja, fuck it, ey. Hier sieht auch ein scheiß Raum aus wie der andere, ne? Ja, ist gut, Mann. Ruf deine Verstärkung da herbei. Mach ich alle kalt. Leider spiele ich jetzt grad echt mega schlecht, also. Ich hätte gerne gestealthed, auf jeden Fall. Aber wenn ich so orientierungslos bin, ne? Da will ich einfach nur schnellstmöglich den nächsten richtigen Raum finden. Und bin dann überrascht, wenn ich's tatsächlich geschafft habe. Was ist das Falsche? Ich glaub schon. Aber ist doch nicht schlimm. Auch er, Herr, sollte früher oder später sterben. Stimmt. Zack. Dankeschön. Zack, zack, zack. Du, du, du kennst ein Schicksal. Ich liebe diesen Move echt. Weil du einfach so wirklich so absolut erbarmungslos ist. Und nochmal, weil es nicht schön war. Achso, ne, okay, machen wir den halt so. Ansonsten haben wir noch natürlich was anderes im Gepäck. Ähm. Bombs. Ah, okay, aber der trifft leider nicht ganz so gut. Das Schöne, an dem ich's immer mache, ist, dass der wirklich sehr häufig trifft. Und ich darf auch zwei Ziele anvisiert haben, damit der gelingt. Das ist ein Traum. Das heißt, hier ist dann der dritte Schalter, oder was? Tatsächlich. Tatsächlich. Äh, erst mal Schalter betätigen. Sag mal! So, so geht das nämlich, Kollege. Komm hier, bumms. Schlag mich doch. Wichser. Haha. Das sind einfach sowas von meine, meine Paul-Erfahrungen in den Tekken, ne? Wollt ihr auch nochmal hier, oder wat? Hä? Ihr Wichser. Seid ihr hier schon wachsach? Ähm, 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 Tati, ähm, brauchst du Hilfe? Ich muss meiner Schwester helfen. Arsch. Was? Warum kriegst du das nicht hin, den zu töten? Sag mal. Guck mal, guck mal, wie schnell das gehen kann. Mann, 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 Mann. Sag, oin! Boah. Oh, ich muss mir gerade echt alles kratzen, weil gerade irgendwie alles juckt. Ja, hol dir von mir aus die Energie. Ich gönne sie dir. Also eigentlich, das ist kein Problem. Also Frau, ne? Da war Energie. Bitte hol sie dir, bevor du stirbst, ne? Okay, Nummer eins ist weg. Frau, ne? Denk dran, was ich gesagt hab, von wegen sterben und so, ne? Fände ich jetzt nicht so geil. Ich meine, dann könnte ich es natürlich nochmal viel besser machen, die Mission, aber... Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Ah, guck mal.